In diesem Video geht es um die besten drei mechanische Autoalarm-Enlagen. Der erste Platz das High-End-Produkt. Es besteht aus gehärtetem karbonitriertem Stahl, was eine hohe Schnitt- und Bohrfestigkeit ermöglicht. Die Haken verriegeln automatisch die Brems- und Kupplungspedale und bieten so maximalen Schutz vor Autodiebstahl, inklusive zweinummerierter Schlüssel- und Bedienungsanleitung. Einbruchsicheres Schlossmade in Italy. Sieger-Lock-Technologie. Schutz gegen Ausziehversuche. Einstellbare Länge für eine bessere Anpassung. Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produkts mit Ihrem Fahrzeug auf der offiziellen Website des Herstellers, bevor Sie es kaufen. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistung Sieger. Zusätzlich zu den physischen Diebstahlschutzfunktionen herkömmlicher Lenkradschlösser verfügt das neue Turnad-Alarmblock über einen induktiven Alarm mit einer Empfindlichkeit von 120 dB. Eine leichte Vibration kann den Alarmton auslösen. Exklusiv entworfen, kann niemand das Schloss ohne Schlüssel öffnen. Das Schloss benötigt nur 3 AA-Batterien, um zu funktionieren. Es verbraucht weniger Batterie als andere Alarmblöcke auf dem Markt. Solange einer Ihrer Strahlen weniger als 7 cm beträgt, wird er definitiv zu Ihnen passen. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über Amazon. Im Falle von Qualitätsproblemen innerhalb eines Jahres wird das professionelle Kundendienst-Team von Turnad sein Bestes tun, um das Problem für Sie zu lösen, bis Sie zufrieden sind. Der dritte Platz das Sparprodukt. Nach dem Verriegeln beginnt die Funktion in 8es, und das rote Licht des Alarmblocks blinkt. Bei leichter Erschütterung gibt die Alarmblockverriegelung weiterhin einen Alarmton von 25 bis 130 dB aus. Der Dieb muss die rechte und linke Seite des Lenkrads gleichzeitig abschneiden, um das Schloss zu entfernen. Laut Test dauert es 45 Minuten, um 3 Stangen zu schneiden, und die meisten Diebe geben normalerweise nach 5 Minuten auf, ohne die Tischperren zu öffnen. Der wärmebehandelte Stahlstab verbessert die Härte des Stahls, ist verschleißfest, stark und langlebig, verhindert das Sägen und Schneiden, rostet nicht und verhindert Risse. Das Schloss verwendet das Zahnstangen-Design, ist skalierbar und flexibel und für mehr als 99% der Lenkräder geeignet. Es kann fest verriegelt werden, ohne den Schlüssel zu verwenden. Das Lenkratschloss hat drei Gabeln, die die Klemmstange am Fahrzeugkörper blockieren, sodass das Lenkrad nicht gedreht werden kann. Dies verbessert die Diebstahl-Sicherheit erheblich. Diebstahl-Sicherheit